Das ist nicht wahr. Schönen guten Tag meine Süßen. Was geht? Wir sind diesmal wieder Havelchaussee. Wie ihr bei Insta vielleicht gesehen habt, hat meine Maschine endlich die 1000 Kilometer erreicht. Morgen kommt sie zur Inspektion. Ab da kann ich sie dann auch offen fahren. Heute ist nochmal schönes Wetter. Wir haben Sonntag. Also haben wir gedacht, gönnen wir uns nochmal eine Runde Havelchaussee. Er ist fett am chillen. Vor uns seht ihr die siebe, oh Gott, wie heißt sie denn? Pamia? Ja. Verlinke ich euch einfach mal bei Insta. Okay, der Fahrradfahrer will sich unserer Truppe anschließen. Ja, du hast nur ein Fahrrad. Boah. Also heute ist richtig geiles Herbstwetter, muss ich mal sagen. Richtig, richtig geiles Herbstwetter. Aber wieder ein paar Leute anschreien. Schon lange nicht mehr gemacht. Bin jetzt auch mit meinem Pulli unterwegs. Also wenn ihr mich denn mal seht, dann gönnt euch. Schreit doch nach meinem Schreien. Oh, das riecht so herrlich hier. So richtig schöne Waldflucht. Hier hat sich gefreut. Man muss ja nicht immer nur Motorradfahrer grüßen, man kann ja auch einfach mal Fußgänger grüßen. Und erst recht, wenn es wirklich schöne Mädels sind. Alter. Holy shit, ey. Alter, da kam Wildschwein rausgerannt. Und es ist voll gegen den Zaun gerannt. Holy. Ey, Gott sei Dank ist da nichts passiert, ey. Holy shit. Ich brauche unbedingt einen Seena. Bitte. Seena. Ich muss mich doch mit denen unterhalten können. Ja, da hat sich doch auf jeden Fall gelohnt, die Kamera anzumachen. Clickbait. Hehehe. Und ordentlich rumgeschrien haben wir auf jeden Fall auch. Ähm, wo fahren wir jetzt hin? Ist nicht wahr. Ja moin, ich werde vom Fahrradfahrer überholt. Der ist ja auch sehr mutig. Der Fahrradfahrer, der von links Motorradfahrer überholt, ist ja auch sehr gewagt. Weil der Motorradfahrer zum Beispiel jetzt, oder einer von den Jungs da jetzt zum Beispiel aufscheren will, um den roten zu überholen. Also ich habe den Radfahrer ehrlich gesagt nicht kommen sehen, weil der auch so dünn ist. Das Rad ist halt extrem schmal. Ich glaube, er hat ihm nicht mal Licht angehabt. Ähm. Also, wenn wir den, weil, die ist ja dann schneller. Jo, und die fahren halt einfach weg. Und jetzt bin ich alleine. Ich habe keine Freunde mehr. Ja. Echt jetzt? Also wollen Sie die ganze Strecke wieder zurückfahren? Ähm. Ähm. Ja. Jetzt bin ich vorne. Und jetzt? Jetzt bin ich vorne und jetzt? Ja. Ich gehe alle da. Ich gehe alle da. jetzt bin ich zu. Du hast sie geschafft. Ich gehe alle da. Ich habe alle da. Du hast sie gesorgt. Ich gehe alle da�ert. Alter, diese Radfahrer, ne? Heute sind nur meine Stimmbänder ein bisschen die Posen. Der Bus tut mir ja dann auch ein bisschen leid, ne? Und alle Autofahrer sind da auch. Und jetzt machen wir einen schmackhaften Willi. Okay, das hat der also gar nicht hingehauen. Oh, was ist denn hier los? Ja, technisch war es. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.